Transfer von der Bettkante auf einen Stuhl. Form der Hilfe, Unterstützung und teilweise Übernahme. Besonderheit, die Pflegeperson sitzt während des gesamten Transfers. Dieser Transfer ist geeignet für immobile Personen, die den Oberkörper aktiv aufrecht halten können und über passive Beweglichkeit in den Hüftgelenken verfügen. Pflegenden bietet er die Möglichkeit, mit wenig Anstrengung den gesamten Transfer mit Druck- und Zugimpulsen zu steuern. Der Patient wird im Schinkengang so weit nach vorn an die Bettkante geführt, dass die Oberschenkel die Matratze nicht mehr berühren. Die Füße haben guten Kontakt mit dem Boden. Wenn notwendig, kann der Patient die Arme über die Schulter der führenden Person legen. Mit gleichzeitigen Zug- und Druckimpulsen am Becken wird eine drehend beugende und drehend streckende Bewegung Richtung Stuhl eingeleitet. Die Intensität der Berührungsimpulse ist abhängig vom Vermögen des Patienten, den taktilen Richtungshinweisen zu folgen. Während mit der rechten Hand Druck ausgeübt wird, gibt die linke Hand auf der hinteren Seite des Beckens gleichzeitig Zuginformationen, um die Bewegung nach vorn auf die Füße und dann zur Seite zu begleiten. Wenn Ihr Patient intensivere Berührungsimpulse benötigt, um die Bewegung nach vorn auf die Füße und zur Seite Richtung Stuhl durchzuführen, geben Sie eindeutige Druckimpulse auf das vordere Knie und Zugimpulse auf das hintere Becken. Über das stuhlnahe Bein lässt sich der Transfer noch leichter steuern. Dieser Transferweg ist sehr schonend und sehr sicher für die geführte und für die führende Person, weil Sie auf diese Weise das Gewicht nicht tragen, sondern im Wechsel über die Füße und das Becken führen. Diese gleichzeitig gemeinsame Interaktion lässt Ihnen viel Spielraum den unterschiedlichen Bewegungsdefiziten und Ressourcen mit angepassten Druck- und Zugimpulsen zu begegnen und sich Schritt für Schritt dem vorhandenen Bewegungspotenzial zu nähern.